Ja, hoi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zur letzten Yoshi's Crafted World. Wo müssen wir rein? Was müssen wir holen? Ähm, ich hab's schon vergessen. Irgendwelche Kunstwerke suchen. Ah, ja, Mundsereid Cupcake. Wir müssen in das... Nein. Snack-Roll gleich. Das nächste Level. Ah. Ja, mhm, nicht das Hunde-Level. Ich hasse es so sehr. Ich weiß noch gar nicht mehr. Das ist das Brot-Level mit Bernd das Brot. Ah, Mist. Ja, gut. Okay, wir haben da noch nicht die Hunde gefunden. Ja, aber da müssen wir jetzt auch noch nicht. Außer wir kriegen eine Müsse. Mist. Mist. Das Brot ist voll diffamieren. Ein munterer Cupcake. Ein Cupcake, der lächelt. Oh. Oh. No day. Muss man doch nicht sammeln. Nur wegen für die Quote. Das Brot. 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 Ja. Das Brot. Das Brot. Das Brot. Das Brot. er wird auch metallisch nicht zwar nicht so metallisch so wie ich aber trotzdem jetzt weiß ich jetzt weiß es wieder ist es der erst jetzt eingefallen ist dass hier ein hund ist einfach nur durchfahren und zwar müssen wir er macht doch alles kaputt ist da wird mario ist nicht wenn man operiert Das brot geht unser bernd wir haben es nicht so gemeint Der brot ganz unter Ob das bernd getötet Jetzt machen wir jetzt weiter Ich habe Brot, Bernd Brot ist gut Brot ist cool Jeder der das Da ist auch Die Fresse Ich will diesen hund nicht mehr sehen Jetzt hast du mir grad die illusion geraubt Schämst du dich nicht? Okay Hätte mich auch unwohl, wenn es getan ist Ja ja blabla Blume Ja ja bitte Fünfmal Heißloch Ballon Ich will den Baum klettern Nein nicht das Level Oh Fuck Und vom Herzenfinger aus Ja Es ist dieses Level Dieses Level Schlimme Erinnerungen kommen zurück Ja Noch schlimme Erinnerungen werden auch zurückkommen Wenn wir in dem Slasher Level kommen Ja 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 Das macht mir Angst Ich sehe schon den ersten Hast du das kaputt gemacht? Nein Lüger Komm her Nein Können wir nicht Nein Können wir nicht Die kommen aber gleich wieder Die sind da sind sie schon wieder Die kommen wieder Die sind da ist er schon wieder Und da ist er schon wieder Und da ist er schon wieder Au Au Da gibt es noch ein Video was ich dir unbedingt zeigen muss Aber Schubsen Schubsen Du hast dann Niro LP getötet Du Schwein Oh Hi Hi Wie geht's dir? Aber du bist auch gerade gestorben Ja Und jetzt bist du schon wieder hier Und jetzt bist du schon wieder hier Ja Schon wieder her Schon wieder her Was fällt dir ein Kannst du dich etwas länger tot bleiben? Ja 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 Wir haben bisher nur ein heißes Ballon Und dann nicht mehr irgendwie Panik Macht ihr das Panik? Dann machen wir Panik Boah So schön viele Eier gesucht Und dann habe ich ja Was? Ähm 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 Oh Weil wir sind wie voll wenig Himmel und Ja Wollte ich ja sagen Ich will ich voll wenig Himmel Also ich fliege irgendwo Um geschlossen in den Räumen und dann passt der nicht zu Das passt irgendwie gerade gar nicht zum Bild Und dann halt mal Diorisieren da Ich bin voll der Aschen auszugehen Ja 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 Diese Pisser Ich hatte sie so sehr Deswegen mag ich dieses Da bin ich machen blaue eier noch mal vermehren bringen drei weitere normale lasse er sich nicht treten ja ich glaube nicht musste abspringen kann man aber nicht auf mich passiert bringst du ab ich glaube ich habe was kaputt gemacht hier sammeln herzen ich glaube ich habe noch eine volle abbekommen du hast noch volle, oder? ja, habe ich noch 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 freut sich wie lange mach rein oh Gott ja, ich will mal ausweichen, aber ich vergesse mal, springen ist nicht so eine gute Idee so, alles klar aber ja, das was man hat machen wir haben nur drei Ballons gefunden ja wie? wie konnten wir die übersehen? ok wir machen es später nach oi 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 wir sollten jetzt erstmal die Hunde suchen ja suchen wir die Hunde und lassen die Kunstwerke erstmal für eine Weile beiseite ja, wenn wir die nicht sofort finden ja na gut fangen wir mit diesem Level an äh oi 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 o oi 33 das geht doch voll ja ja nun steckt's auf einmal mein Rippen auf einmal ich weiß nicht es nicht das ist ich glaube ich stelle gleich wenn sie nicht brauchen sie ich doch noch dir bist doch der ach my god haben wir näher und ich wollte das geld getroffen weil wir erschrecken wir haben nicht alle herzen es ist so dass ich dich töten ich nicht lassen und das ist ein hund ich habe die dose abgenommen mit einem mund vielleicht mal bei ich habe eh nicht mehr nach oben ich wollte mal ganz schön schnell sterben ja 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 und gegen die pflanze brauchen müssen der nächste und das ist der schwarze ist der zweite und der dritte ist rot ich weiß es gibt so absurde sachen die kann ich mir mehr ich habe die sofort verdrängt als sie vorbeigelaufen sind das abgenommen was macht was macht oh gott getroffen aber nur fast da ist er betont jetzt rennen ich habe die hunde das geht mal los und nicht das riesige riechorgan verwendet hat weiß noch das riesige riechorgan 3 30 schon wieder schon wieder schnuppe an ich weiß es nicht bürger erhältlich in sechs farbtönen nein du musst gern das brot aufessen was ist das denn ja die keks aber ja get over ein schluck ich habe gehört größer da oben da oben da da das so ja einfach abschließen vielleicht mal eine idee dann noch so ein derby keks ich mag die kekse diesen klasse ja drunter gefallen hat gesehen hier gucken sie ganz bösen blubber ja ganz kuchen fest dieser bürger und aber jetzt ein käsekuchen jetzt 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 noch so derby keks wo ich nicht werfen doch mit euren milchschnitten geht weg bern müssen die jetzt eigentlich nur sagen ich komme immer wieder ich glaube diese hunde haben haben jetzt ein trauma ja das haben hatten wir auch vor irgendwie 101 werden es ist über eine anspielung auf ich weiß nicht wie wie hieß der film noch mal ich habe keine ahnung ich habe nicht jetzt habe ich vergessen schreibt es in die kommentare hunde und balance ja aber ich werde zu hause nachgucken da ich bin über die ja hier sind auf der vorderseite die die sterben zauberträge zauberträge ich vergesse es jetzt machen wir mal ausweichen mit nur schweigen dann merke ich immer die schwerkraft die in der entscheidende rolle nicht wie sie immer noch am laufen machen da ist nun da bringen sie sich im dritten mit dem nichts naja 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 mit dieser schmerz gut da stimmt mit nach unten genau wie müssen wir nichts mehr und dann kommt besonnen weitergehen bei der macht meines kurs sollte sie angewöhnen vor der hinkunft zu essen aber das habe ich doch heute morgen getan 3 also bevor ich herkommen bevor ich losgefahren bin da war ich war gegessen ja sagen jetzt schon wieder um habe ich habe großen magen fliegen wir können nicht mehr zurück direkt das erste mal wo wir nur zwei hunde gefunden haben glaube ich habe die schnauze voll jetzt noch von diesen hunden irgendwie nicht so eine erfolgreiche session die man so vorgestellt haben heute irgendwie nicht so viel wir finden heute nicht so viel und irgendwie ist die motivation auch nicht damit die minuten haben wir schauen wir doch einen der menschliche bedürfnisse zwei zwei schalte mani hatte viel was wir die man nie benutzen wir haben gesagt das ist nicht gerade sehr auf und rosen für sich denke das rosa der sagt mich das heißt nicht auch sagen ich glaube das spiel will uns heute echt wissen meinst du mal irgendwie konstwerke noch ich würde mal sagen wir besorgen wir gehen mal die welten durch und gucken ob wir was kaufen können ich bin jetzt ein kopfler ohne nachdem in jeder welt ok ja ich will es was kaufen ich muss meine menschen bedürfnisse decken aber da kaufen kaufen ich habe schon alles ersten drei vier welt und so ich glaube ja da man auch gar nichts kaufen das ist nur eine kleine schatzkiste aus plastik hier haben sie genau ist aus dem echt schatz dieser schule ganz verschwitzen riesen wasser blag goldenes euro das ist gold ja ein ufo das ist blau tüte jetzt ein apfelsaft jetzt ja jetzt ein flugzeug französisches flugzeug ein boden berlin ist jetzt ein boden oder flaschen decke berlin ist ein laba wort ich ja ich hasse dich deswegen ein boden berlin ständig wir haben hier neuen bekommen das heißt wir hatten hier schon mal mal eins gucken wir haben uns schon einmal aufgereiht hatte noch ein dinge ja wahrscheinlich was gerade das wort da menschliche bedürfteste drei kriegen wir da wird geben jetzt unsere letzten münzen aus und dann beenden wir den part nimm unser geld alles ja die zwei geile sache plastik tony tony ist ja da brauchst du aber keine ahnung eine asienlampe ist genau was du dich so im stil der japanische schloss das was für mich ja ich würde auch kennen im japanischen schlosshausen um dass es dafür möglichkeiten gibt stelle das wo türen und räume und bände und türen da gehen wir mal ein menü wenn man sehen was unsere statistik so ist von allen sagen okay gehen wir mal die kunstwerke durch 3 vollständige 4 4 bleibt bei den fakten von 5 6 7 8 9 7 11 12 13 14 da haben wir noch ganz schön viel können wir machen wir mal zum auslosen oder da war so ein kommandemodul damit geht es ruhig ins felder oder zumindest zurück seines mondes einfach mit einem einbewerken oder so sollen wir einfach einfach das machen damit wir uns ein bisschen ablenken können davon auch wenn es das final ist aber ich bin mir ziemlich sicher dass es noch weiter geht weiß nicht auch kaum lassen so lassen uns machen da haben wir wenigstens ein bisschen abwechslung firma mülleimer der dunklen stadt nein 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 das ist bestimmt in diesem level ich guck okay wir wir machen im nächsten paar tatsächlich das level ja und ich bin mit das ist der final bus ist damit wollen weil wir haben uns jetzt schon lange genug das lange genug aufgeschoben und findest nicht auch ja dann wenn das vorbei ist geht es weiter mit den kunstwerken also dann bis zum nächsten part und ciao dann bis zum nächsten x dann bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal.